Fünf Wochen, fünf Specials. Der erste Advent ist vorbei, eine gewaltige Auftakt-Celebration. Der zweite Advent ist vorbei, ein wunderbares Gospel-Konzert. Und der dritte Advent mit einem Musical ist noch in Erinnerung. Und der vierte Advent erst recht vier Geschichten, wie Jesus Menschenleben verändert hat. Und jetzt kommt der 24.12. Ein ganz besonderes Highlight zum Schluss dieser Weihnachtsserie. Weihnachten, neuer Leben. Hier im Neuraum, der Gottesdienst für die ganze Familie, für jung, für alt, egal welche Zielgruppe. Komm vorbei und erlebe, wie Weihnachten dein Leben und das Leben deiner Freunde verändert. Ich freue mich auf diesen Abend, auf diese 16 Uhr Celebration mit dir. Und auf gewaltige, tiefgreifende Momente mit diesem Jesus.